Ira hatte die Seite im Internet schnell gefunden. Marek Steinhauer war ein Newsblogger. Er betrieb erst seit kurzem eine Webseite unter dem Namen »Der Steinhauer«, knallharte Fakten aus ihrer Stadt, auf der er bisher nur banale Artikel zu allen möglichen lokalen Themen veröffentlicht hatte. Die Seite war aufgemacht wie eine Boulevardzeitung und die erste Überschrift schrie ihr in riesigen roten Lettern entgegen »Irrer Kapellenkiller«, Apotheker vor Altar verbrannt. Darunter dreispaltig das Bild der brennenden Friedhofskapelle. Flammen loderten aus dem Dachstuhl. Das Foto war durch den Rauch unscharf und dunkel. Der Fotograf musste vor Ira am Brandort gewesen sein, denn als sie dort angekommen war, war das Feuer bereits gelöscht gewesen. Ein weiteres Foto zeigte das Hahnwaltsche Anwesen. Jeder in Bad Oeynhausen kannte die extravagante rote Villa. Auch Ira wusste sofort, wo das Bild entstanden war. Es schien am heutigen Abend aufgenommen worden zu sein, in der Dunkelheit stand neben einigen zivilen Fahrzeugen und einem weißen Golf mit Werbeaufschrift auch ein Polizeiwagen vor dem Haus. Ira zoomte den Golf heran. Sie las »Der Steinhauer bleibt dran«, »Knallharte Fakten aus ihrer Stadt«. Wie war dieser Steinhauer so schnell an den Tatort gekommen? Zufall? Hörte er den Polizeifunk ab? Auf dem Bild mit dem Haus der Hahnwalts waren alle Fenster heller leuchtet. Die Unterzeile lautete »Weint in dieser Villa eine Witwe?« Es folgte ein kurzer Text, der mehr Fragen als Fakten enthielt. Ira schüttelte fassungslos den Kopf. »Wenn Horstmann will, dass ich für unser Blatt so arbeite, dann kann er mich mal. Das ist unseriös, reißerisch und hat keinerlei Substanz. Nicht mal gesicherte Informationen hat dieser Steinhauer veröffentlicht. Nur Fragen und Headlines. In der Kapelle gibt es überhaupt keinen Altar, nur mal nebenbei bemerkt. Ich war schon mal zu einer Trauerfeier dort. Es gibt ein großes Kruzifix an der Stirnwand und ein Rednerpult. »Was willst du tun?« fragte Andi. Ira seufzte. Es blieb ihr keine Wahl, sie musste dem etwas entgegensetzen. Allerdings würde sie mit dem Foto der brennenden Kapelle nicht konkurrieren können. Es konnte eine lange Nacht werden.